Großohrenbüros, Weinstab-Alarm, Lärm. Für viele Menschen der absolute Horror. Für andere ist das der normale Alltag. Was hat das Stadtleben denn Positives zu bieten? Ein größeres Angebot von Sachen, die man machen kann. Veranstaltungen, kulturelles Angebot, mehr Leute, mehr verschiedene Leute, offenere Leute, denke ich mal. Dass viel los ist, dass man gute Verkehrsverbindungen hat, dass man viele Leute kennenlernt. Ich habe mehr Abwechslung als wahrscheinlich auf dem Land. Partys, ne? Wenn man auf dem Land lebt, dann muss man ja immer wahrscheinlich irgendwo anders pennen oder so. Man hat so ein Leben, man kann hier einkaufen. Ja, man hat halt alles näher beisammen. Und was spricht gegen ein Leben in der Stadt? Dass man meistens weniger Natur hat und es auch weiter hat. So am Wochenende, wenn man irgendwie Ausflüge machen will, muss man weiter rausfahren. Lärm. Der Verkehr ist mir ganz einfach zu viel. Einfach die Ruhe. Du hast einfach nicht die Ruhe bei dir. Schlechte Luft. Dass manchmal zu viel los ist. Heute hätte ich Angst, nachts hier auf die Straße zu gehen. Für die Kinder ist es angekommen, auf dem Land zu leben wie in der Stadt. Na, ich finde in der Stadt ist alles viel, viel hektischer und viel, sag ich mal, zwanghafter und so. Also ich finde es deutlich entspannter auf dem Dorf zu leben als in der Stadt. Und wenn du Nummer eins sag, dass du da bist, muss ich mir wie in der Stadt stehen, gehst, dich sie zu schlafen. Nur noch einmal aus. Mehr haben. Mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020